Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 30 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 440 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017